Willkommen mit Free Stocks und Fit for Finanzen bei Aktien im Fokus, wo wir immer rotierend auf Aktien schauen, die mit Meldung hervorstechen, die Kost-Performance zeigen oder eben zumindest eine starke Bewegung. Und da haben wir seit zwei Jahren nicht mehr über die Biontech gesprochen. Aus aktuellem Grund wollen wir das heute nachholen. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, es ist schon ein bisschen her, seit wir das Unternehmen uns einmal angeschaut hatten. Es ist auch lange nichts passiert, aber jetzt häufen sich schon die Meldungen und das ist für uns natürlich ein großes Update wert. Ja, es lohnt sich wieder auf die Aktie zu blicken. Der Kurs hat reagiert. Wir schauen später natürlich auch auf die Chart-Technik und es gibt einige News. Von daher nach einer langen Durststrecke, nach einem Abwärtstrend, der uns jetzt schon länger beschäftigt ist, schauen wir uns die Aktie gerne nochmal an. Ja, vorab ein paar Informationen zum Unternehmen, wem es gar nicht geläufig sein sollte. Eine spannende Historie, recht jung, 2008 ging das Ganze los und war verknüpft mit einem Wettbewerb des Bundesforschungsministeriums im Rahmen der Gründungsoffensive Biotechnologie. Und verbunden mit dem Wettbewerb und dem Sieg war auch die Auflage, wenn man es so sagt, ein Unternehmen zu gründen. Und das haben die beiden dann gleich getan. Ja, der Herr Sein und die Frau Türecci haben das dann getan, zusammen noch mit einem Dritten im Bunde, dem Herrn Huber, wurde das Unternehmen dann gegründet und hat sich über lange Jahre rein auf die Forschung konzentriert, auf die Forschung auf Basis der Messenger-RNA, um eben entsprechende Krebstherapien zu entwickeln. Und der Name ist hier quasi nicht ein Fantasiename, sondern die Abkürzung aus Biopharmaceutical New Technologies. Also auch eine interessante Info, die man hier hat. 2019 ging es dann an die Börse. Hauptsitz ist weiter Mainz, aber man hat als Börsenplatz auch die New Yorker Börse mit ausgewählt. Ganz genau. Man ist nicht nur in Deutschland gelistet, an der Xetra, sondern auch direkt in den USA. Und das hat dem Unternehmen natürlich insbesondere geholfen, auch internationale Kapital zu finden. Und vor allem auch einen starken Partner zu finden, denn der US-Gigant Pfizer, der ist maßgeblich mit daran beteiligt gewesen, dass eben auch diese schnelle Forschung die Ergebnisse, die im Rahmen von Corona geliefert wurden, an den Markt gebracht werden konnten. Mehrere Produktionsstandorte gab es und der Corona-Impfstoff ist letzten Endes in 165 Länder ausgeliefert worden. Und ja, in der Corona-Pandemie hat er vielen sicherlich geholfen oder bewahrt von einem schlimmeren Krankheitsverlauf, wenn man das so formulieren möchte. Doch nachdem die Pandemie vorbei war, war es auch mit diesem Hype vorbei. Ja, man hatte Milliardengewinne eingefahren in den Jahren 2021 und ja auch noch zu Beginn 2022. Und seitdem hat man eine lange Durststrecke hinter sich, weil einfach diese Corona-Impfstoffe nicht mehr in dem Maße benötigt worden sind. Viele sind immunisiert. Jetzt gibt es natürlich mögliche Auffrischimpfungen, aber nur für gewisse Zielgruppen, für Risikogruppen. Aber ja, der breite Anteil der Bevölkerung greift aktuell bei den aktuellen Corona-Varianten eben nicht regelmäßig auf den Impfstoff zurück. Ja, das greift man gleich mal mit auf. Das Thema neuer BioNTech-Impfstoff, der ist verfügbar seit dem August. Und ich habe mir mal die aktuellen Zahlen aus Berlin angeschaut. Tatsächlich, die Inzidenzen steigen jetzt gerade wieder im Herbst. Die steigen in der Tat wieder. Und ja, es gibt den neuen Impfstoff, der angepasst ist an die Variante JN1. Und ja, durchaus lohnt sich für den einen oder anderen sicherlich eine Auffrischungsimpfung. Und da muss man schauen, wie sich diese Inzidenzen auch weiterentwickeln, die du gerade hier gezeigt hast. Und ob dann vielleicht irgendwann auch nochmal eine größere Anzahl der Bevölkerung sich dann eine Auffrischimpfung nimmt. Für das Unternehmen wäre es ja gut. Wobei die natürlich in den Jahren der Forschung auch an anderen Themen gearbeitet haben. Insbesondere an dem ursprünglich für den Unternehmenszweck gegründeten Thema der Krebsforschung und der Impfung gegen Darmkrebs. Das wäre natürlich etwas, was nochmal sehr, sehr publik und medienwirksam hier vermarktet werden könnte. Und da ist man schon einen großen Schritt weiter. Ja, da hat man sehr viel investiert jetzt auch in den letzten Jahren in die Krebsforschung, den Ursprung. Also man kehrt an die Ursprünge zurück. Und da will man irgendwann eine Impfung gegen Krebs ermöglichen. Und da soll es auch schon teilweise sehr, sehr schnell gehen mit möglichen Krebsmedikamenten. Also das Ziel bleibt 2026, das erste Krebsmedikament auf den Markt zu bringen. Und danach sollen auch jährlich weitere folgen. Also man macht große Fortschritte auf diesem Bereich, hat da wirklich sehr, sehr viel investiert. Im zweiten Quartal über 500 Millionen Euro in, so sagt man selbst, nicht Covid-19 bezogene Aktivitäten. Und insgesamt sind sogar 21 Medikamente, die man aktuell in der Pipeline in der Entwicklung hat. Und davon sind zwei bereits in der letzten klinischen Erprobungsphase. Ja, da werden natürlich auch die Analysten aufmerksam auf so einen Verlauf. Morgen Stanley hat das Kostziel jüngst erhöht und sieht für das Krebsmedikament BNT 327 hohes Potenzial. Und das würde dem Unternehmen auch guttun, denn langfristig betrachtet sind diese großen Umsätze aus 2021, 2022 weg. Und man arbeitet nicht mal mehr profitabel. Ja, man hat, wenn man auch auf die letzten Quartalszahlen schaut, hier in der Tat große Verluste ausweisen müssen. Das Defizit im zweiten Quartal betrug mehr als 800 Millionen Euro, deutlich mehr als im Vorjahresquartal. Und hier auf das erste Halbjahr bezogen summiert sich der Nettoverlust sogar auf über eine Milliarde. Und ja, für das Gesamte rechnet man mit einem Umsatz von zweieinhalb bis drei Milliarden Euro. Und der größte Anteil der Umsatzerlöse soll dann jetzt auch im letzten vierten Quartal erfolgen. Also man fokussiert sich, ist einerseits gut, aber man macht sich natürlich auch abhängig von diesem Erfolg des Medikaments. Wenn es nicht kommt, dann geht vielleicht auch irgendwann das Cash aus, oder? Ja, das kann durchaus sein. Man hat sehr, sehr viel investiert und tut das auch weiter. Von daher ist man irgendwann dann natürlich auch auf die entsprechenden Resultate in Form von Umsetzung und Gewinn angewiesen. Man sieht, der Free Cashflow wird immer kleiner. Und da benötigt man irgendwann entweder frisches Kapital oder man muss schauen, in welcher Form es da auch Fusionen, Übernahmen geben könnte. Das ist ja gerade bei Biotechnologieunternehmen immer ein großes Thema. Großes Thema ist da auch natürlich die Bewertung, die sehr, sehr hoch ist, solange man hier die Pipeline nicht umsetzen kann in Umsätze, also auf dem KGV oder so, müssen wir da überhaupt nicht schauen. Das steht außer Diskussion. Aber die Analysten diskutieren natürlich immer, was in Zukunft ist. Und da schwenken so langsam einige aus dem Haltenbereich in Richtung Kauf um. Ja, da sind viele weiteres Potenzial. Es gab ja die ein oder anderen News da auch in jüngster Vergangenheit. Es gab diese große Konferenz, wo man auch daran teilgenommen hat. Und da sieht man durchaus positive Ansätze, auch bei der Biontech. Und ja, man bleibt im Fokus, da wirklich 2026 auch etwas zu liefern. Und da warten natürlich die Anleger auf die weiteren positiven News, um da wirklich mittelfristig dann auch die Resultate in der Bilanz und dann auch im Kurs sehen zu können. Aber aktuell, ja, muss man da vielleicht sich noch etwas gedulden. Die durchschnittlichen Kursziele liegen auch nur ein paar Prozent, also knappe 10 Euro über dem aktuellen Kurs. Aber trotzdem mehr Positiv- und Haltenempfehlungen verkaufen, sagt hier nur ein Analyst. Und von der Bewertung her wäre es ja dem Unternehmen zu wünschen, dass man wieder zur Altersstärke kommt. Ja, das auf jeden Fall. Das Unternehmen hat gezeigt, was es auch liefern kann, wenn man Medikamente produzieren kann. Das hat sehr gut funktioniert in Kooperation mit Pfizer. Von daher, ich denke, wenn man da etwas gefunden hat, wird man auch sehr, sehr schnell das Ganze ausrollen können und dann auch global verteilen können. Dafür hat man einfach die Infrastruktur und die Kooperation schon geschaffen. Ja, und jetzt muss nur der Kurs dann auch anziehen. Der zieht ja immer so ein bisschen, wenn die ersten Meldungen über die Ticker kommen, vorweg an. Das heißt, in jüngster Zeit haben wir schon eine sehr starke Bewegung gesehen. Auf lange Sicht, auf drei Jahre hat man sicherlich nichts verdient. Die alten Höhen sind weit weg. Aber was sind denn die nächsten Widerstände im Chart? Ja, schauen wir uns die Aktie gerne hier im langfristigen Bild einmal an. Zunächst im Wochenchart hier jetzt die Aktie in US-Dollar, also in den USA. Da sieht man das Hoch, dass hier 2021 im Peak über 463 Dollar erreicht hat. Und seitdem befinden wir uns eigentlich in einem Abwärtstrend jetzt über mehr als zwei Jahre. Wenn man dann in den Tagesschart hineinzoomt, sieht man hier nochmal die lange Durststrecke, die wir auch das eine oder andere Mal in anderen Formaten besprochen hatten. Aber jüngst hat die Aktie einen Boden ausgebildet und ist seit Beginn des Monats August jetzt auch sprunghaft angesprungen. Entsprechend ist von daher, man hat das Potenzial hier auch für eine Trendwende. Man sieht, 50- und 100-Tage-Durchschnitt sind schon nach oben gedreht. Auch der 200-Tage-Durchschnitt zieht langsam nach. Und jetzt haben wir schon den ersten stärkeren Rücklauf gesehen mit einer potenziellen Einstiegsgelegenheit vielleicht im Bereich der vorherigen Hochs, im Bereich von 112, 113 Dollar. Dort haben wir auch gestern hier schon eine mögliche Trendfortsetzung gesehen. Es muss aber nicht sein, dass die Aktie jetzt schon sofort hier weit läuft. Es kann natürlich auch sein, dass sie noch weiter seitwärts konsolidiert oder sogar nochmal die alte Unterstützung hier im Bereich von ca. 104 Dollar testet. Das wäre vielleicht noch eine etwas bessere Einstiegsgelegenheit mit einem noch weiteren geringeren Risiko. Von daher durchaus interessante Einstiegsmöglichkeiten auf diesen beiden Kursniveaus. Und wenn die Aktie dann weiter ins Laufen kommt, liegen, denke ich, die nächsten Widerstände durchaus schon im Bereich von 150 Dollar auf der Oberseite. Bis dort ist nicht mit größerem Druck zu rechnen. Und dann sogar noch deutlich höher im Bereich, vielleicht von 180, 190 Dollar. Aber soweit sind wir aktuell noch nicht. Die Aktie ist angesprungen und jetzt kann man durchaus wieder in Erwägung ziehen, auf der Long-Seite zu spekulieren. Entweder natürlich hier über Free Stocks die Aktien in den USA handeln. Wir haben auch über das Multimärkte-Konto die Möglichkeit, die Aktie an der Exetra zu handeln. Also das ist auch möglich. Oder wer sich da vielleicht auch etwas schwer tut mit der Positionierung, kann das Ganze auch über Optionen machen. Durchaus auch mittel- bis langfristig mit etwas weiteren Out-of-the-Money-Optionen. Das Ganze auch kommissionsfrei über Free Stocks. Von daher gerne die Aktie weiter beobachten. Und wenn es dann die Gelegenheit gibt, vielleicht mit dem entsprechenden Chance-Risiko-Verhältnis einsteigen. Das werden wir tun. Und wie man am aktuellen Beispiel merkt, auch wenn mal lange nichts passiert und dann wieder etwas Neues bei einer Aktie kommt, die dann hervorholen und updaten. Danke für den Input, Roland Jegen und bis zur nächsten Aktie im Fokus. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.